Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute mal nicht in Anzug und Krawatte aus dem Bayerischen Landtag. Stattdessen nehme ich euch im Corona-Look mit durch den wunderbaren Schlosspark meiner Heimatkommune Meitingen im schwäbischen Landkreis Augsburg. Geschrieben hat mir diese Woche der Tom aus Ismaning. Und der Tom schreibt, vor ein paar Wochen haben doch alle auf euren Aiwanger geschimpft, weil er gesagt hat, man müsse nach Ostern über die Rücknahme von Ausgangsbeschränkungen reden. Jetzt ist Ostern vorbei und alle reden genau darüber. Ihr habt ja sogar ein Konzept vorgelegt. Kannst du mal erklären, wie ihr Freie Wähler euch die Rückkehr zur Normalität vorstellt? Ja, lieber Tom, das mache ich natürlich gerne. Und in der Tat war der Hinweis von Hubert Aiwanger sehr berechtigt, dass die aktuellen Ausgangsbeschränkungen den Menschen in Bayern, der Gesellschaft, der Wirtschaft einiges abverlangen, sodass es sich dabei ausdrücklich einzig um einen vorübergehenden Ausnahmezustand handelt. Wenn du so willst, haben wir die Gesellschaft, die Wirtschaft in Bayern in eine Art künstliches Koma versetzt. Und wer die Maschine ausmacht, der braucht auch zwingend einen Plan dafür, wie er anschließend den Motor wieder anschmeißt. Deshalb haben wir als Freie Wähler Regierungsfraktion einen Plan für unsere Ideen zu einer geordneten, behutsamen, vorsichtigen, ja zu einer verantwortungsvollen Rückkehr in Richtung Normalität vorgeschlagen. Unser Plan unterscheidet im Zuge dessen drei Phasen. Wir befinden uns im Moment in einer ersten Phase, die insbesondere in einem Lockdown, in einem Herunterfahren des öffentlichen Lebens besteht, um einerseits die Infektionskurve zu bremsen und andererseits die dadurch gewonnene Zeit bestmöglich zu nutzen, um die Kapazitäten im intensivmedizinischen Bereich in unseren Krankenhäusern massiv hochzufahren, sodass es in Bayern nie eine Situation geben kann, wie das in Italien in den letzten Wochen der Fall war. Wir glauben, dass uns das gut gelungen ist, deshalb, weil die Bayerische Staatsregierung schneller gehandelt hat als alle anderen Bundesländer, sodass jetzt die Möglichkeit besteht, mit ersten Lockerungen in eine Phase 2 überzugehen. Diese Phase 2 muss und wird in einem Leben mit Corona bestehen, also einem verantwortungsvollen Umgang mit der Krankheit, solange bis endlich ein Medikament oder ein Impfstoff vorliegt und wir diese Krankheit endgültig überwinden können. Es gilt jetzt also Zug um Zug und kaskadenmäßig einzelne Teile der Ausgangsbeschränkung vorsichtig zu lockern. Nach 14 Tagen, wenn wir wissen, wie sich das ausgewirkt hat, jeweils zu bewerten, wie es sich ausgewirkt hat und dann mit Gas und Bremse zu entscheiden, kann man weitere Lockerungen vornehmen oder aber ist es notwendig, dass man an der einen oder anderen Stelle dann noch einmal nachsteuert, vielleicht noch einmal Maßnahmen, die schon gelockert wurden, wieder zurücknimmt. Naja und dann wird es, wenn wir diese Krankheit überwunden haben, eine dritte Phase geben müssen und diese dritte Phase wird überschrieben sein mit so etwas wie Lessons Learned mit Lehren aus Corona. Dann gilt sicherzustellen, dass wir im Bereich des Katastrophenschutzes, im Bereich der bayerischen Wirtschaft, bei der wichtigen Infrastruktur, die man in solchen Krisen braucht und insbesondere im medizinischen System, bei der Bezahlung unserer Pflegerinnen und Pfleger, bei der Organisation unserer Krankenhäuser entsprechend nachsteuert, ja auch lernt aus diesen Ereignissen. Mit diesen drei Phasen glauben wir Freien Wähler bestmöglich aufgestellt zu sein, um zunächst in eine Phase mit Corona eine gewisse neue Realität zurückzukehren und anschließend, wenn wir die Krankheit überwunden haben, auch lernen, aus dieser größten Herausforderung der Nachkriegszeit zu ziehen. Wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren und dann geht es nächste Woche vielleicht schon um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.